Wir fahren gleich auf die Amstel, die Lebensader und den einzigen natürlichen Wasserweg von Amsterdam. Das Anlegen eines Danks in diesem Fluss war die Geburt der Stadt. In einem Moment werden wir auf der Riviere Amstel, Laks Vital und die einzige Worte d'Eau-Naturelle d'Amsterdam. Die Konstruktion von einem Digg über die Riviere war an der Origin der Grie. Auf der rechten Seite sehen Sie das sehr luxuriöse Amstel Hotel. Auf der rechten Seite sehen Sie das sehr luxuriöse Amstel Hotel. Es ist einer der besten Hotels in der Welt und viele Celebrities haben hier gewohnt. Wow, wow. So, man, hier hat man einen Schauspieler an die Platin, die oben in dem Stand kommt. Jetzt... Vielen Dank.